Mit 18 Büchern aus dem 18. Jahrhundert hilft die Historische Bibliothek Güstrow, dem krummen Haus in Bützow eine Ausstellung zu bereichern. Museumsleiterin Sabine Prescher weilte dieser Tage in der Uwe-Jonsson-Bibliothek, um die wertvollen Schriften in Empfang zu nehmen. Die Ausstellung »Bützow – Aufschwung durch Lehre und Forschung«, die im Herbst eröffnet werden soll, beleuchtet knapp 30 Jahre, in denen die mecklenburgische Ackerbürgerstadt Bützow Standort für eine fortschrittliche Universität war. Nach einem Streit mit dem Rostocker Magistrat hatte Herzog Friedrich der Fromme entschieden, eine Universität nach dem Vorbild von Göttingen und Halle in Bützow einzurichten. 1760 wurde sie mit den vier Fakultäten Theologie, Jura, Medizin und Philosophie eröffnet. 1789 endete das Experiment und die Bützower Uni wurde mit der Rostocker Alma Mater zusammengelegt. Für ihre Ausstellung, die von Dr. Steffen Stuth und Ulrich Klein kuratiert wird, hat Sabine Prescher mit dem Kulturhistorischen Museum Rostock, der Universitätsbibliothek und dem Max-Samuel-Haus zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns darauf besonnen, dass auch in Güstrow eine historische Bibliothek ist und haben uns dann an Güstrow gewandt, welche Bücher aus der Zeit oder von den Professoren, und besonders von den Professoren, die im Bezug gelehrt haben, im Bestand der historischen Bibliothek sind. Punktstück der damaligen Universität in Bützow war eine Bibliothek mit 12.000 Bänden, die später nach Rostock kam. Die 18 Schriften aus der historischen Bibliothek Güstrow, die mittels eines Leihvertrages für die Ausstellung im Krummenhaus bereitgestellt wurden, sollen einen kleinen Einblick in das für die Nachbarstadt Bützow bedeutsame Ereignis geben. C Setz我就 hier. Die Können die Menschen, die das für die Mitfliko dar中国, und die constituter stolz pockets aus der Idee mit dem Krummenhaus ist ein impressioner Sep emphasisischer學misch. Vielen Dank.